so so Fistentor kommt dann auch noch bei uns im Geilfegen Flup also ich geh erstmal durch ne jetzt bitte den ganzen Gedöns hier übrigens vom Abbauern oder auch nicht ja also die Scheidung habe ich mir ja nur ein Prozent durch Internet angeeignet oder abgekupfert wie muss nehmen E.M. und ja du hast ihn schon drei Jahre an die bei der Adventure mit daran getüftet lassen sich hingekriegt und dann war es noch eine Einmal-Schaltung da war es aber auch noch relativ unerfahren na gut egal hier unten Redstone Fackel daneben Redstone Repeater die müssen auf voller Leistung sein sonst funktioniert das auch nicht oben Redstone Repeater Repeater Redstone noch eine Fackel du bräuchst gar nicht noch eine Fackel die 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 Fresse ja als und dann hier eine schöne Leitung legen nicht hier genau hier lang die Leitung legen Moment hier war blöd das Problem hatten wir am Anfang auch so Wand wir gehen drauf jetzt zieht es dann zur Seite ihr seht alles Digi Pistons 2 in unsere Richtung guckend und 4 in die andere Richtung guckend so und wenn man jetzt runter geht flupp dann sieht das halt aus wie eine Ebene Bahn Geheimgang Geheimgang und so ne Jo Nächstes Nächstes ist Hier Ja weil wenn du dir die Menschen glauben wollte dass man Cleanstone Generation bauen kann habe ich mit einem Koppel-Songenerator versucht das ist ja was für eine Notwendung dann habe ich den ganz zufälligen Cleanstone Generator hochgekommen und sehen wenn das so passiert also wollen wir hier vorne das Cleanstone erst nochmal wegbauen ja so dass unsere Zuschauer sehen dass da wirklich was rauskommt so ich betätige das Knöpfchen wo ist es denn? ach ja es ist sogar ein Schalldroschen wie der ganz normale Motor du hast auch ein kleines Redstone gedöhnt ja also wenn man Lava und Nasse zusammenführt dann entsteht dann auch in Cleanstone auch immer immer also ich glaube wenn Lava oben auf Wasser drauf fällt dann mach andersrum entsteht dann Oxidian ne andersrum irgendwie entführt dann auch noch Cleanstone auch keine Ahnung na warte mal ne warte mal ne warte warte mal so weit wenn Wasser auf Lava kommt in den Kappel und wenn die beiden wie zusammenlaufen entsteht ne wenn die beiden zusammenlaufen entsteht Kappel und warte wir bauen das mal hier schnell nach wo das überhaupt nichts damit zu tun hat so das habe ich mir nämlich bei niemanden abgekumpfert das ist einfach so ach ne da musst du mal Eis nehmen wir haben noch ein bisschen Wasser ich hab auch noch Lava nein Lava Moment brauche ich nochmal schnell diesen so wow Licht so die Lava muss hier rein fließen und jetzt setzt ihr das Eis hier her und macht es kaputt an es gibt es gibt die Kappe wenn so jetzt wenn Lava wie ich es gebaut habe zack so funktioniert es hallo hallo hm 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 ok ok gut nach kleinen kurzen technischen Problem haben wir es jetzt doch wieder hin hingekriegt weiterzumachen der reizt zu spät und nachdenkt das bin ich ja ne gut ok wo war man stehen gebleibt wir hatten gerade hier hinten genau hier also das macht hier wunderbar weiter wo bist du ich bin hier genau genau und wenn man Lava mit Wasser ablöcht entsteht Oxidian weil man gerade auch das Thema hatten es kommt drauf an also wieso ist hier ein Kreislauf wo? ach ne du standst grad hier drauf das gewundert du nimmst dein Pferdchen ja dann ist es tot ach ne nö du nö nö ne na komm mach mal weiter gut was soll jetzt noch zu Zorgungsanlage mit dem Mülleimer ganz grässig oder so und so was kommen noch? zu einer Falle komm her hinter na 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 ich werfe jetzt erstmal einen schönen Stack drauf furcht mal den Button furcht mal den Button ja unten drin ist klar aber so und als nächstes furchtbar furchtbar den ja labanern bis schon unten nee nee du musst ja so wie sie sehen wow ja Mainz so 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 ich bin ich bin ich bin in der Schaltung erstes bei mir ja ne ja das ist ein Kreisloch kommt noch nicht mehr raus das alles wegen so ein Dia ja Entschuldigung da hab ich ein bisschen putt gemacht so einfach funktioniert das wegen neun Diaz von Magnosi naja ja Abschluss wir haben ja beim letzten Tutorial gesagt ja das war ja das Ende ja genau da haben wir noch also wir haben noch dazu nichts gesagt naja also wir fangen jetzt wir fangen jetzt damit an also wir machen das jetzt immer am Abschluss des Tutorials so dass wir so einen Block machen so einen großen der wird dann willst du das machen wieder gebrannt perfekt und Moment das können wir nicht auf uns sitzen lassen was wo bist du der Pisten steht noch zur Hälfte Daniel hör auf du machst das komplett falsch du brauchst TNT ich will kein TNT ich will kein TNT das bei Redstone oh egal ich hab's schon gefunden jetzt ist sie weg na und irgendwas muss ich auch hier haben jetzt ist es ein Baum so und Tannen keiner hat's gemerkt und der Baum ist trotzdem weg komm her wir pushen jetzt mal The Level aber jetzt sind wir auch kein Survival wir machen jetzt mal Survival ja denn irgendwie sterben wir hier immer wenn wir den Schalter töten wenn wir den Schalter töten wir töten auch gleich mal den Schalter machen wir für das Survival du bist alt genug nein wir sterben wir werden getötet und aber wir wissen nie warum also ich kann mir das auch nicht erklären also es kommt so vor ne na gut ok wir sehen uns beim nächsten Mal bis denn wir sehen uns beim nächsten Mal dass wir im werden ja ein jungen ist ein